Viele von euch haben gefragt, ob wir mal ein Video über Gedichtanalyse machen können. Ja, das können wir. Zugegeben, eine Gedichtanalyse schreiben ist nicht von Natur aus angeboren, aber es gibt wohl keinen Schüler, der da drum rum kommt. In diesem Video erklären wir euch, wie ihr eine perfekte Gedichtanalyse bzw. Gedichtinterpretation schreibt. Los geht's! Bevor du mit deiner Gedichtanalyse so richtig beginnst, solltest du dir immer am Klaren sein, was das Ziel deiner Gedichtanalyse ist. Ziel ist nicht, deiner Oma ein Geschenk zu machen. Ziel ist nicht, möglichst schnell zum Fußball zu kommen, sondern dein Ziel muss es sein, am Ende zu denken, jetzt kann ich mit diesem Blödsinn was anfangen. Dafür musst du immer diese Frage beantworten. Wie werden Inhalt, Aussage und Wirkung des Gedichtes durch seine sprachliche Gestaltung verwirklicht? Das heißt, du führst eine schriftliche Beschreibung mit Deutung durch. Für den Hauptteil gibt es zwei Methoden. Zum einen die lineare Analyse und zum anderen die aspektorientierte Analyse. Die erste Methode ist eine lineare Analyse. Diese folgt dem Textverlauf, das heißt, du gehst von Vers zu Vers, von Strophe zu Strophe und so weiter. Vorteil ist hier, dass du nicht so leicht Aspekte vergisst und eine klare Struktur hast. Blöd ist jedoch, dass man sich leicht verzettelt und übergreifende Zusammenhänge aus dem Auge verliert. Die zweite Methode ist ja die aspektorientierte Analyse und bei dieser untersuchst du dein Gedicht unter einer speziellen Fragestellung oder bestimmten Gesichtspunkten. In der Regel sind die Lehrer so cool, dass sie diese Aspekte in der Aufgabenstellung vorgeben. Wenn nicht, dann bekommt ihr gleich noch eine Checkliste von uns. Gefahr bei dieser Analyseform hingegen ist, dass man eventuell Textteile übersehen kann oder einige nicht umfassend gewürdigt werden. Wie immer hast du unser klassisches Hochhausschema in Einleitung, Hauptteil und Schluss. Beginnen wir als erstes mit der Einleitung. In der Einleitung nennst du als erstes die Gedichtart, zum Beispiel politische Lyrik, Liebeslyrik oder Pornolyrik, wobei letzteres eher selten Bestandteil der Schule ist. Als nächstes greifst du den Titel des Gedichtes auf, nennst den Autoren und nennst das Erscheinungs- bzw. Entstehungsjahr. Im Spezialfall der politischen Lyrik fügst du an dieser Stelle den politischen Hintergrund ein. Dann kommst du zum zweiten Teil deiner Einleitung. Fasse hier das Gedicht in ein bis zwei Sätzen zusammen. Stelle dabei das Thema des Gedichtes heraus, also beantworte quasi die Frage, worum geht es und was wird dargestellt. Und als dritten Teil deiner Einleitung kann man eine Hypothese aufstellen. Das heißt, welche Absicht hat das Gedicht? Die Hypothese muss mit Hilfe der Analyse im Hauptteil überprüft werden. Gegebenenfalls muss diese am Schluss modifiziert oder verworfen werden. Kommen wir nun zum Hauptteil. Welche Zutaten benötigen wir nun für diesen Hauptteil? Ich würde euch empfehlen, den Hauptteil in zwei Aspekte zu untergliedern. Zum einen in die äußere Form und zum anderen in Inhalt und Sprache. Beginnen wir mit der äußeren Form. Hier schaust du dir erstmal ein bisschen die äußere Form an, das heißt, wie viele Strophen besitzt das Gedicht, wie ist die Verseinteilung, das heißt, wie viel Verse hat eine Strophe und so weiter. Dann sprichst du über das Reimschema, sowie das Versmaß, das auch Metrum genannt wird. Diese Aspekte beschreibst du zusammenhängend. Später kannst du dann die einzelnen Aspekte in die Einzelstrophenanalyse genau beschreiben und vor allem deuten, also interpretieren. Sollte dir äußerlich noch etwas zum Textaufbau auffallen, kannst du das miterwähnen. Also wenn wir zum Beispiel eine Rahmenstellung von Versen und Strophen vorfinden. Dann gehst du näher auf den Inhalt und die Sprache ein. Dabei musst du Aspekte betrachten, wie die Situation des lyrischen Ichs, die Atmosphäre und die Darstellung des Themas in den Strophen. Also die inhaltliche Entwicklung, beziehungsweise die Klimax, so nennt man das. Außerdem musst du dir die sprachlichen Mittel anschauen und diese benennen. Aber Achtung, benennen alleine bockt nicht. Du musst auch immer diese sprachlichen Mittel deuten, das heißt ihre Wirkung und Bedeutung für Inhalt und Aussage des Gedichts erläutern. Fassen wir nochmal die sprachlichen Aspekte zusammen. Es gibt sprachliche Bilder, es gibt die Wortwahl, es gibt den Satzbau und es gibt rhetorische Mitte. Und diese vier Aspekte, die musst du in deiner Checkliste für den Hauptteil beachten. Auf diese Aspekte kannst du dann entweder linear oder aspektorientiert eingehen, aber das haben wir ja gerade eben bereits besprochen. In zwei eigenen Videos erklären wir dir aber auch einzeln diese Aspekte noch einmal genauer. Das heißt, wie finde ich das Versmaß und das Reimschema heraus und was für Gedichtformen gibt es, sowie rhetorische Mittel. Dazu gibt es jeweils zwei eigene Videos, die ich euch hier an dieser Stelle sehr empfehlen möchte. Kommen wir nun zum Schlussteil deiner Analyse. Nur weil dieser am Schluss steht, ist er nicht unwichtig. Hier sollen nämlich die wichtigsten Beobachtungen und Erkenntnisse noch einmal zusammengefasst werden. Dabei wiederholst du natürlich nicht alle zuvor analysierten Aspekte, sondern fess die wichtigsten noch einmal zusammen. Außerdem kannst du die Intention, also die Absicht bezüglich der Wirkung bestimmen und gegebenenfalls deine These aus der Einleitung wieder aufgreifen. Und last but not least, wenn du noch Zeit und Bock hast, kannst du auch eine persönliche Bewertung des Gedichtes vornehmen. Also zum Beispiel, Wichtig bei deiner Analyse ist die Sprache und daher hier nochmal ganz kurz eine Übersicht zum Thema Sprache einer Analyse. Wichtig ist hier die sachliche Sprache. Egal wie dumm das Gedicht, egal wie hässlich der Autor, bleibe sachlich und forme die Faust lieber unterm Tisch, denn sachliche Sprache ist ganz, ganz wichtig. Deine Analyseergebnisse und die Bewertung muss begründet werden. Und da sage ich nur, Belege, Belege, Belege. Belege alles, was du herausfindest durch direkte oder indirekte Zitate. Normalerweise schreibst du dann deine Analyse im Präsens, nur bei der Vorzeitigkeit verwendest du das perfekt. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann seid ihr jetzt absolute Analyse-Profis und ich bin mir sicher, dass euch nichts mehr passieren kann. Abonniert gerne den Kanal und schreibt mal in die Comments, was für ein Gedicht ihr jetzt gerade analysieren müsst. Würde mich sehr interessieren. Und hier findet ihr noch weitere Videos von uns, einmal zum Thema Versmaß und Reimschema und einmal zu den rhetorischen Mitteln. Einfach draufklicken oder auf die Links unten in der Videobeschreibung. Und damit wünsche ich euch viel Erfolg, einen schönen Tag, haut rein. Bis gleich und ciao.